Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ach und Krach-Geschichten. Heute Tom Cruise. Das ist Tom Cruise. Was, kennt ihr nicht? Macht nix, erklär ich euch. Als Tom Cruise noch klein war, also noch kleiner als jetzt, wollte er katholischer Priester werden. So wie der hier. In der Kirche kam der kleine Tom aber immer zu kurz. Menno. Hatte er erst mal die Schnauze voll von Religion. Hat das mal mit Sekten probiert. Nee, nicht mit Insekten, sondern mit den Sekten. Guck mal hier, Scientology. Denn Scientology ist Nächstenliebe total wichtig. Naja, jedenfalls wenn du denen ganz viel Geld gibst. Und das Beste gibt ne Gehirnwäsche gratis. Super, sagte Tom Cruise. Hab ich endlich ein sauberes Gehirn. Freuen sich die Heinis von Scientology. Haben wir nen Superstar, der sich überall für uns zum Affen macht. Können wir in jedem Kinderzimmer prima Werbung für unsere Sekte machen. Super. Ah, Tom Cruise. Moment, da fehlt noch was. Na, bitte. Scientology. Räumt Tom Cruise für Scientology die ganze Welt auf. Was meint ihr? Wollen wir diesen Ort säubern? Okay. Säubern? Moment mal, sagen die Deutschen. Das kennen wir doch von früher. Nö, lass mal lieber. Kein Problem, sagen die Heinis von Scientology. Erzählen wir den Deutschen einfach, Tom Cruise hat Hitler umgebracht. Naja, fast. Siehste, sind nicht nur die Deutschen Teenies hin und weg, sondern auch die Deutschen Promis. Der Bambi in der Kategorie Courage für Tom Cruise. Guck mal, Scientology-Gehirnwäsche funktioniert auch in Deutschland. Tja, und nächste Woche? Ey Kumpel. Tom Cruise trifft sich zum Gespräch mit Scientology-Aussteigern. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Klaus.